So, moin Leute! Also, nur weil das Joy-Tour hat, heißt das noch lange nicht, dass wir auf Faulhaut draußen sind. Macht ihr natürlich nicht, ich weiß, ihr seid viel unterwegs. Aber eure Aufgabe, es gibt jetzt regelmäßig neue Videos, wo ihr zu Hause mittrainieren könnt, also mit mir zusammen. Pass auf, erste Übung, Kniebeugen. Nimm die Hände hier vorne, lass den Rücken gerade. Die Knie links, die Beinsquat nach außen. Geh so tief, wie du schaffst, den Rücken gerade zu halten. Davon machst du fünf Stück. Wenn du fünf durch hast, gehst du runter, machst Liegestütze. Die Hände sind weiter, als die Schultern, die Füße sind zusammen. Brust raus, Bauch einziehen, Po anspannen, Knie durchdrücken. Dann fängst du an, bis 90 Grad in Elbo und nach oben wieder ausladen. Der ganze Rücken ist gerade und du atmest gleichmäßig. Und die Geschwindigkeit auch sehr lange. Übung Nummer zwei. Übung Nummer drei, die Hände schulterbreit, die Beine lang. Mountain Climbers, das Knie ziehst du bis auf Hüfthöhe oder, wenn du kannst, auf Brusthöhe. Die Ellbogen sind leicht gebeugt und dein Rumpf ist super lang und gerade. Davon machst du fünf Stück. Insgesamt fünf Runden. Erste Runde, fünf Kniebeuge, fünf Liegestütze, fünfmal Mountain Climbers. Zweite Runde, zehn Kniebeuge, zehn Liegestütze, zehn Mountain Climbers. Und so weiter. Bist du bei der 25. Das ist dein erstes Workout. Was du zusätzlich machst, gehört dir. Denk mal bitte nicht zu dehnen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Danke.